Helfen ist einfach ein gutes Gefühl, weil es für beide sicher halt der eine Mensch freut sich halt, dass ihm geholfen wird und der andere freut sich, dass er helfen konnte. Ich habe schon mal meiner Mutter, wo sie aus dem Krankenhaus gekommen ist, geholfen, wieder fit zu werden. Ich habe ihr Wärmflaschen gerichtet, sie gleich zugedeckt, ihr Decken gegeben und ich habe auch manchmal kochen geholfen und Tisch gedeckt für sie, dass sie sich nicht so anstrengen musste. Sie hat sich sehr gefreut, dass ich ihr geholfen habe, weil ihr ist es richtig nicht so gut gegangen und sie hat es auch mehrmals gesagt, dass sie sich richtig gefreut hat. Sie hat mir mal auch gelächelt dann und ihr ist es dann auch mehrmals wieder besser geworden. Ich habe mich gefreut, weil ich einfach helfen konnte und ja, ich hatte auch gefreut, dass sie sich freut über das, was ich ihr geholfen habe. Mir hat schon mal meine Cousinin geholfen, etwas zu suchen, was mir sehr am Herzen liegt, so eine Kette. Sie hat mir geholfen und ich habe mich wirklich gefreut, womit sie dann zusammengefunden haben. Ich habe ihr wirklich Danke gesagt und sie hat sich auch darüber gefreut, dass sie mir helfen konnte und dass sie mir geholfen hat halt. Man sollte jetzt nicht wegschauen, wenn jemand Hilfe braucht. Man sollte einfach schauen, ob der jetzt wirklich einfach hingehen und fragen, ob er Hilfe braucht und einfach helfen. Man sollte jetzt nochmal wissen, wenn man cheese genommen hat. Man sollte einfach sagen, ob es nicht wegschauen, wenn man das nicht wegschauen kann. Vielen Dank.